Stierb! Stierb! Trau dich rüber zu mir! Komm, 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 komm aufs Eis! Ich bin besser aufm Eisrutschen! Hui! Hey, da unten ist Clay! Ah, geil! Brauchen wir, oder? Können wir irgendwann mal benutzen! Oh, wie krass, dass das Eis so langsam kaputt geht! Mit dem Schwertgleich geht's schneller! Wenn ihr mich nicht ihr... Ne, mit der Spitzsacke glaubt! So. Das dauert trotzdem noch... eine Zeit lang. So. Na, vielleicht... werden ja in der Zukunft auch noch ein paar mitspielen. Können ja alles in der Umfrage machen und dann kann jeder drauf... können sich ein paar bewerben. Ich habe ja eh schon ein Bewerbungsvideo gemacht. Dann sind wir wenigstens nicht so alleine, zu zweit. Ja. Also ich habe jetzt 44 Clay. Wow, okay. Ist zwar nicht allzu viel, aber... Es wären schon mal elf Lehnblöcke von dem her. Ja. Hier unten muss was sein. Nein. Ich vermisse gerade meine Rute. Eisen, Eisen, Eisen! Jawoll. Da können wir uns einmal machen oder... äh... was scheren können wir uns dann machen. Das kann noch nicht alles gewesen sein außer drei Eisen. So. Irgendwann will ich mal auch dann in die Hölle gehen. Ich... Ja, endlich! Endlich! Kohle! Unser Ziel ist es ja eh, den Endertrachen zu besiegen, oder? Ja. Ich... Ich... Aber das ist irgendwie, finde ich, wieder... Das finde ich irgendwie schade an Minecraft. Jetzt haben sie das Ende eingeführt, sozusagen, des Spiels. Hast du jemals schon den Endertrachen besiegt? Nee, aber... Das ist ja eigentlich... Ist Minecraft ja ein endloses Spiel, also... Ja. Ist ein Ende eigentlich ein bisschen doof, aber... Das haben sie jetzt eingeführt. Und zwar, wenn du ihn besiegst, dann kommt ein Abspann. Danke, dass du gespielt hast und ein bisschen gequasselt eben. Aber jetzt hat Minecraft endlich mal... Einen... Sinn. Immer mal so ein bisschen... Das Ding... Leute, die nicht so Minecraft-Fan sind, sagen dann immer... Hey, Minecraft. Volles sinnloses Spiel. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Irgendwas hat... Ah! Wir haben ja irgendwo abgeschossen. Ah, nee! Essen, 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 Essen! Oh je! Essen, 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 Essen! Lass mich durch! Mein Essen ist fertig. Ah! Ich denke schon, irgendwas schießt mich ab. Hä? Bist du vergiftet, oder? Achso, du hast keinen... Ich hatte kein Essen mehr! Ich geh mal auf die Jagd, oder? Komm mal her, ich hab was für dich! Hä? Ich hab genug... Nein, hier! Fleisch. Achso, Kohle. Ah, gescheite Kohle! Und das... Und das Eisen werde ich mal kurz braten und eine Gemeinschaftstruhe tun, falls wir... für was wir sie auch immer brauchen werden. Darf ich Hundis töten? Darf ich Hundis töten, oder? Wollen wir uns später mal einen... holen? Was? Hundis. Man soll das sie hier lassen. Sollen wir die da lassen? Sind genug Hundis. Ja. Ich tauch mal... Action. Ich suche dann später mal eine Höhle. Ja, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach Essen. Weil ewig halten die Steaks auch nicht. Ne. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns auch später eine Farm oder suchen mal ein Dorf. Dass ein bisschen Action reinkommt. Ich suche mal ein paar Hühner, dann hol ich mir da ein paar Eierchen. Ja. Und sowas. Ohne Dorf. Warte, ich hab ja Waze Minimap. Das ist zwar... Also, ich seh das jetzt nicht als geschieden an, also... Hopp! Ähm, hopp, hopp, hopp. Ah, da hinten ist Sumpf. Das ist geil. Ich roll mal ein paar Pilze. Ich hab nen roten Pilz. Von... Einen können wir ja nicht viel anfangen. Ja. Ich hab so nen Baum. So, hier runter. Schafe! Was? Schafe! Nicht kill, nicht... Alle Tiere rein. Nicht scharf killen, nicht scharf killen. Ups. Jetzt hätt ich meine Schere machen können und dann hätten wir sie scheren können. Da... Dann komm hier her, warte, ich sag dir gleich die Koordinaten. Warte, ich muss jetzt mal hoch von meiner Höhle, ich bin grad unten. Sammle grad ein bisschen Stein. Für ne Festung, ha. Ähm... Wart kurz, wart kurz, wart kurz, wart kurz... Ey, ich laufe. Kannst du dir gut merken, die Koordinaten sind plus 300 plus 500. 300 plus 500, gut. Ja. Jetzt kommt bestimmt der spannendste Teil. 300 plus 500. Ähm... Reinig grad in die richtige Richtung. 300 plus 500. Also 300 x und 500 z, oder? Ja. Gut. Also einfach durch die Wüste durch. Ja, und dann siehst du hinten Sumpfgebieten, da am Rand ist alles voll mit Schafen. Ah, gut, weil ich hab mir grad... ich hab grad ne Schere gemacht. Also kann ich... Nein, nicht. Ah. So... Ich muss irgendwas mal mit meinem Intro machen. Das sind wirklich... Finde ich auch mal ein bisschen zu lang. Ein bisschen aber nur. Ich würd's auch so 10 Sekunden verkürzen, das... Ja. Zeig dann trotzdem den Leuten, wo sie es sind, aber ist dann trotzdem nicht allzu lang. Ja. Und ne Höhle. Jippie. Ich hab gleich mal... Ja, ich hab ein bisschen... Also ich geh gleich dann mal in die Höhle rein. Ich hab genügend Zeug mit... Schafe, 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 Schafe... Schafe. Warum sind die Schafe in der Wüste? Die haben denn nix zu suchen. Ja, die wechseln dazwischen. Komm her, komm her. In beiden Sachen hin und her. Hey, das ist ein Huhn. Mühnchen. Game Invite. Ach, nerv mich. Hey. Gib. Und gib. Und gib. Und gib. Skype. Ich lass mir hier gleich mal einen Waypoint hin. Ne. Oh, das sieht man hoffentlich nicht in der Aufnahme, dass jemand grad on ist. an Skype. Äh. Wie nenn ich das? Schafweide. Die kann man auch später irgendwann zu uns holen, oder? Ja, ich kann ihn ja jederzeit löschen. Wui! Super schön kinken. Ah, Zuckerrohr. Eisen! Ja, wir können hier gleich mal in die Scheißhöhle eingehen. Komm zu mir, dann kriegst du ein bissl, äh, Dings da. Kohle, äh, Sche, äh, Wolle. Brauche ich nicht. Ich kämpfe grad gegen Creeper und gegen alles andere Gefiefe. Wieso das? Du bist doch nicht an mir vorbeigelaufen. Ich bin doch grad in der Höhle drin. Ich hab einen anderen Eingang genommen. Ach so. Juhu, Creeper getötet. Sonnwortenflash. Da hast du gleich auch 8 Fackeln dabei. Ah ne, ich glaub sogar eine andere Fackel. Äh, andere Fackel. Der Müll. Eine andere Höhle. So, gehen wir mal hier runter. Ich hoffe, dass mir nichts entgegenkommt. Hallo? Da war doch grad... Ah, Zombie! Hallo, Kollege! Ich hab grad nichts zum Verkaufen. Ähm, so. Ich glaub, du hast den gleichen Eingang wie ich gefunden, oder? Ne. Da gibt's so viel... Meine Höhle hat zwei... Meiner ist im Sand drin. Eine. Okay, dann sind wir nicht in der gleichen Höhle. Es ist kein richtiger Höhleneingang. Es ist eine einzige kleine Abzweigung mit ein bisschen Kohle. Bei mir, ähm... Zu mir kannst du... Ähm, ähm... 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 Im Sumpf, da bin ich... Ich bin im Sumpf, da gibt's eine kleine schöne Höhle, wo ich grad drin bin und Eisen sammle. Und Kohle gibt's auch. Ja, aber vielleicht die, die ich grad gesehen hab. Ja, ich farm hier mal ein bisschen Sand für ein bisschen Glas oder sonst was. Ah, und ein bisschen Flint kann ich auch farm. So. Geht die Höhle hier tiefer oder höher? Die geht tiefer, die geht saumäßig! Hey, Mine, Mine, Mine! Jawoll! Viel besser kannst du am Anfang nicht gleich laufen. Nee, besser kannst du nicht laufen! Ich mach jetzt hier gleich mal ne Werkbank und tu mir, ähm, zu uns schnell... Oh! Ich hab grad was entdeckt. Geh nochmal aus der Höhle raus, komm dann auch zu dir. Warte, ich mach doch schnell ne Kiste, dass ich mein Zeug absichern kann. Ich mag... Äh... Was sag ich mit... Was mach ich denn hier grad? Dann machen wir hier mal einen Cut und machen bei der nächsten Folge weiter. Wir können einfach durchmachen, ich werd das dann einfach, ähm... Weil es wird bei mir eh ein Cut in Abteile geschnitten und ich kann das dann zusammensetzen. Außerdem darf ich über 15 Minuten Videos hochladen. Ja... Allzu lang kann ich aber auch nicht mehr. Also... Zeit lang schon noch, aber... So 10 Minuten noch. Ja. So, schmeiß ich mal hier den ganzen Zeug. Und Minecraft ist abgeschmiert. Haha! Ups! Minecraft-Liebe. Ich hab jetzt irgendwie Bock da kurz runter zu rennen, aber das... Ist mir grad ein bisschen zu gefährlich. Ich bin einfach so wagemutig. Ah! Giftspinnen, 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 ah! Ja... Das einzige was ich in Minecraft hasse... Sind Giftspinnen. Oh. Steckst du fest? Ich auch. Na, na, na... Spöse Spinne! Ah, du sollst mich nicht schlagen, du doofes Vieh! Das war ne... Da ist ein Giftspinnen-Spawner wieder mal! Oh, Schienen. Ich nehm Schienen mit. Und... Jawoll, Kohle... Eisenbarren, Redstone, Kohle und Brot. Hallo? Hallo? Ich glaub der... Ah, noch! Was macht ihr hier? Blöde Giftspinnen! Entschärften Giftspinnen... Spinnenspawner mal. Ich baue hier mal alles ab. Hab ich höchstwahrscheinlich schon. Ich mach mir gleich mal ein Waypoint. Damit wir auch wieder zurückfinden. Hey, warum vergiften die mich nicht? Hä? Oh, hier geht's runter! Hier geht's runter! Ah. Ich hab mein Zeug umvergessen! Ich hab mein Zeug umvergessen! Hallo! Das weißt du schon, oder? Ja, ich weiß nicht, kann man abbauen. Nein, lass ihn stehen. Kann man sich eine XP-Farm oder irgendwas machen, aber... Ja, der ist schon inschärft. Sobald Licht da ist, ist es entschärft. Das war früher anders, aber jetzt ist es so. Muss man nicht mehr überall außenrum klatschen. Nein! Egal. Also, ich hab noch nie was außenrum klatschen. Kann die kleinen Bogen basteln für mich. Ich hab auch schon 14 Fäden. 20. Ich hoffe, dass mich jetzt kein Vieh von hinten angreift. Ich mach jetzt grad einige der gefährlichsten Sachen im Minecraft. Bitte nicht nachmachen. Ah, da gibt's noch gefährlichere Sachen. Also, wenn jemand zum Beispiel wie per Kuscheln geht, das ist dann ziemlich ungesund. Ja, das kann man sagen. Also, wenn ihr wirklich mal was Ungesundes machen wollt, ladet den Creeper in euer Haus ein und kuschelt den Wissen mit ihm. Ah, okay, das hab ich grad gemacht. Bloß er sich zu seiner Hütte gekommen bin. Hups. Hupsale. Oh, noch ne Kiste. Zwei Diamanten. Was? Ah, die Wolle schmeiß ich weg. Die brauch ich nicht. Du hast zwei Diamanten? Und drei Melonensamen. Drei Melonensamen. Oh, cool, Alter. Daraus kann man dann Melon machen. Also, ich geh jetzt mal wieder hier raus aus der Höhle. Gut, ich tu noch ein bisschen hier farmen. Ich will nicht mit meinen zwei Dias hier drin sterben. Lava. Da geh ich lieber auch weg. Okay, die haben... Ich nehm noch ein paar Schienen mit. Ich hab mich, glaub ich, sowieso verirrt. Oh je. Ich bin hier einfach rumgelaufen. Und mich hat's dann... Oh, leck. Erste Folge und er verirrt sich. Erste Folge zumindest. Erste Aufnahme ist es auf jeden Fall. Ja. Da kommt sogar kein... Da kommt sogar kein... Also, nur vor dem ersten Part kommt ein Intro, aber... Solange wir aufnehmen und der Rest kriegt dann kein Intro eigentlich. Wo will ich jetzt... Und super, ich hab kein einziges Kühlchen mehr. Ich auch. Also, Kohle hab ich noch, aber... Ich hab keine Fackeln mehr. Du hast gesagt, ich hab keine Fackeln mehr. Das wollte ich sagen. Oh, hier unten liegen saumäßig viele Schienen. Ja... Hier hinten ist noch Eisen, das nehme ich schnell mit. Und dann geh ich zurück. Ich will nicht mit Diamanten im Gepäck sterben. Ich hab mir oben eine kleine Base gebaut. Da muss ich jetzt auch gleich wieder hin, wenn ich hochkomme. Ansonsten buddel mich einfach nach oben. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen? Äh, ne. Ich glaub, 20, 30 Minuten. Also, zwei Folgen. Okay. Also, ich geh jetzt auf jeden Fall dann noch schnell zurück, wenn ich den Ausweg finde. Aber da oben geht's raus. Und dann, ach, muss ich leider off. Gut, dann werden wir auch dann die Aufgabe... Na, wir enden. Ich mag auch noch hier raus, aber ich weiß nicht, wo ich grad bin. Ich kann dir die Koordinaten von deinen Zwischendingen geben. Das bringt aber irgendwie wenig, weil ich ja hoch muss. Und hier... Kann sich ja hochbauen. Äh, ja. Grad gute Idee, bloß ich finde... Ich muss erst mal hier... Ah, hier wurde ich in die Luft gespeint. Erster Ansatz wieder gefunden. Uh, ich hab gar kein Essen. Oh, ich sollte was essen. Sonst bin ich so gut wie tot. Komm ich von hier? Ja, ich... Ah, hier, ich hab einen Spoiler gefunden. Endlich. Ja, du bist auch hier an das Holz rumliegen, sehens von mir. Habt ihr mit ne Treppe gebaut. Ich hab ne Ki... Alter. Da ist noch ne Kiste. Warum nimmst denn du nicht die Kiste mit? Die kann man doch gebrauchen. Och. Im Timbum hat man eigentlich ja keine Holzprobleme mehr. Ja, eigentlich schon, ja. Muss in meine Kiste, ich muss in meine Kiste. 11 Eisen, 29 Schienen, 3 Melonenkerne, 2 Diamanten. Das erste Folge. Also, die erste Aufnahme, 2 Diamanten, das... Viel besser kann man noch nicht starten. Vielleicht mal ne schöne Mini gefunden. Mal jetzt gleich hier noch ein Ray-Ponten und dann... Hier. Ei, ei, ei. Ich geh dann auch mal wieder zurück, dass ich erstmal... Ich mag erstmal einen Eisenbraten irgendwie. Ich mag das Eisen auch schnell braten. Bleiben wir hier, oder... Ich würd sagen, wir... Wir sollen uns hier auslocken. Ja, ich würd sagen, wir beenden... Ich würd sagen, wir beenden hiermit dann die Folge. Und dann würd ich sagen... Ciao. Ciao, Leute. Ciao.